Ich bin Anita Farke und spreche den Exoda-Blog-Podcast für dich. Technik, Gesellschaft und auch Politik. Per ES – Polizei hat Datenschützerin bei Echtzeitgesichtserkennung umgangen. Eine neue Kontroverse hat in Deutschland Wellen geschlagen. Die Polizei hat angeblich die Datenschutzbeauftragte umgangen, um eine Echtzeitgesichtserkennungstechnologie namens Per ES in öffentlichen Bereichen einzusetzen. Diese Vorwürfe werfen ernste Fragen zur Transparenz und zu den Datenschutzpraktiken der Strafverfolgungsbehörden auf. Das Per ES-System, Personal Identification System, wurde vor etwa einem Jahr eingeführt und wurde als bedeutender Fortschritt in der Polizeiarbeit gefeiert. Es verwendet eine KI-basierte Gesichtserkennungstechnologie, die verdächtige Personen in Echtzeit anhand von Überwachungskamerabildern identifizieren kann. Ursprünglich sollte diese Technologie nur in stark überwachten Bereichen wie Flughäfen und Bahnhöfen verwendet werden. Neue Berichte zeigen jedoch, dass die Polizei das System auch in anderen öffentlichen Bereichen ohne angemessene Genehmigung eingesetzt hat. Die Behauptungen wurden von einem anonymen Whistleblower aufgedeckt, der behauptet, dass die Polizei gegen Datenschutzgesetze verstoßen hat. Der Whistleblower erklärte, dass die Behörde bewusst die Datenschutzbeauftragte nicht über den erweiterten Einsatz der Technologie informiert hat, um möglichen Widerstand zu vermeiden. Diese Enthüllungen kamen durch Dokumente ans Licht, die auf undichte Stellen innerhalb der Behörde hindeuteten. Die Datenschutzbeauftragte Sabine Kraus zeigte sich erschüttert über diese Enthüllungen. In einer Presseerklärung sagte sie, es ist zutiefst beunruhigend, dass die Polizei solch eine invasive Technologie ohne angemessene Aufsicht und rechtliche Grundlage einsetzt. Die Bürger haben ein Recht darauf zu wissen, wann und wo sie überwacht werden. Dies ist eine klare Verletzung der Datenschutzbestimmungen. Kraus forderte sofortige umfassende Untersuchungen des Vorfalls und rief dazu auf, die Nutzung von Pair-S vorerst auszusetzen, bis alle Fragen geklärt sind. Datenschützer und Bürgerrechtsgruppen haben ebenfalls ihre Besorgnis geäußert. Der Vorstandsvorsitzende von Digital Rights Watch, Hans Müller, sagte, die geheime Ausweitung der Gesichtserkennungstechnologie ohne angemessene Informierung der Öffentlichkeit ist ein schwerwiegender Eingriff in die Privatsphäre der Bürger. Es besteht die Gefahr, dass diese Technologien missbraucht werden und zu Massenüberwachung führen. Müller forderte eine strengere Regulierung der Technologie und eine klarere Kommunikation zwischen den Strafverfolgungsbehörden und der Öffentlichkeit. Die Polizei verteidigte sich hingegen und betonte die Notwendigkeit der Technologie im Kampf gegen die Kriminalität. Polizeisprecher Thomas Richter erklärte, Pair-EIS ist ein wichtiges Instrument für die Identifikation von Kriminellen und zur Prävention von Straftaten. Angesichts steigender Kriminalitätsraten müssen wir innovative Technologien einsetzen, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Die Verzögerung durch bürokratische Verfahren könnte erhebliche Sicherheitsrisiken schaffen. Trotzdem fordert die Opposition, dass die Rechtsstaatlichkeit gewahrt wird. Politiker der Grünen und der FDP haben die Vorfälle als alarmierend bezeichnet und fordern strengere Kontrollen. Es geht nicht darum, Technologie grundsätzlich abzulehnen, sondern sicherzustellen, dass sie im Einklang mit dem Gesetz und den Grundrechten steht, sagte die Abgeordnete Katrin Göring-Eckardt. Pair-EIS hat bisher positive Ergebnisse im Kampf gegen bestimmte Straftaten gezeigt. Dennoch betont die aktuelle Kontroverse die Bedeutung einer Balance zwischen Sicherheit und Datenschutz. Im Kontext der zunehmenden Digitalisierung und der Verwendung von KI-gesteuerten Systemen in der Strafverfolgung ist Transparenz und legaler Einsatz unerlässlich. Die Debatte um Pair-EIS könnte ein größerer Wendepunkt in der Diskussion über Überwachungstechnologien werden. Während die Behörden die Vorteile solcher Systeme betonen, bleibt es wichtig, dass die Rechte der Bürger geschützt werden. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Schiessen Pair-EIS 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 Untertitelung des ZDF, 2020